Wir haben das Setup gesehen, sah wild aus. Es wird chillig. Gold, ne? Hier, ein Set. Ah ne, doch nicht. War nur ne Shotgun, das andere. Dann... Oh, ich hab Budewaffen hier im Loading. Ja, lass den reinkaufen. Ich bin reich. Ich glaub hier niemand gelandet ist, hä? Wie, wie, wie? Ich zieh erst, wenn wir Dingens, wenn wir Loading haben. Ja. Snipes oder was? Ich weiß, um was geht. Ja, ich will klar. Mach den Kriegström, was ich da gerade gesehen hab. Hast du Zweipermunik? Ja. Ich muss ihn gleich rechts oben holen. So. Oh Gott. Oben auf dem Turm. Unten, unten. Hier unten ist der Maze. Was? Hier rüber, Winery. Mein Programmer. Oder? Oder hier. Hier geht's auch ab. Ich glaub, das sind unten. Otter 14. Ich sehe z. Oh, ein. Hier unten. Wir schüttel. Enemie UAB action. Ich sehe. Wir schüttel. Wir schüttel. Wir schüttel. Wir schütteln. Wir schütteln. Wir schütteln. Wo sind die Brays? Ja direkt bei mir unten. Richtig viele. Oh nein. Ich bin noch um den Lodi gerade. Direkt vor mir. links über mir. Noch einer, G-Brack. Übung ist noch dabei. Oh, die Tone kommt schon. Lol, die checken ja gar nix. Die war echt nicht so fit, Tibo ist. Ist da noch mehr? Strike, 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 strike. Du bist gar nicht da. Ich hab' aber grad Teamwipe. Ich glaub' hier unten war's das. Alter, scheiße, ich bin so slow, alter. Das ist ganz übel. Wie viele Runde ist das von dir? Zweite oder dritte? Ah, es wird's. Komm, zeig. Das war die hier. Dick. Wann sind denn jetzt auch da? Ja, die sind oben. Wir landen da. Ich hab' einen Fisch. Ich hab' einen Turm. Kleine gelandet Fisch. Wann sind die ganzen Leute? Wie sind die ganzen Leute? Was sind die ganzen Leute? Das war die Drohne. Den wollte ich eigentlich lasern aus der Luft. Ich richte mich aus, ich falle diese Leiter runter. Dann war ich mal ein brutales Play rausgekommen im Wager. Wer du? Nein Mike, er ist so easy kill gewesen. Auf einmal springt er und hängt an der Leiter und stirbt, weil er dagegen den abfratzt. Boah ist das so an der Idee. Wenn du springst, dann hängt er sich an die Leiter ran. Aber er hängt da. Digga, warum rastet der Mate aus? Hat er rumgeschrien oder was? Ne, aber der hat zehnmal gepickt, was geht. Mein Papier, mein Mobi. Allein Cluster Strike, arriving. Squad member is redeploying. Oh mein Gott, der Airstrike, er war's. Oh, hat das denn so gefinished mit einem Dings. Da ist einer hinter, der wollte ihn resen. Und ich hätte ihn dann nicht genommen. Die mit einem war, wieder nicht gecallt. Ja, bei mir. Mit einem Schiff im Allem. Nein, wie kann ich das verkacken? Das war der Letzte. Ey, ich nocke wieder drei Leute und dann verkack ich wieder so dumm. Schwierig. Ich habe alle genockt hier drin bei dem hier. Ich habe vier Leute da. Ja, genau, genau. Äh, ich lande auf meinem Loot. Probier. Die Bois mit Einsatzschild dahin, ganz übel unterwegs. Oh, da ist sogar noch einer mit Einsatzschild. This is the endgame. Resurgeons have been turned off. Gas is inbound. Marking new safe zone. Oh, ich bin so dead. I'm ready. Got contact. Don't turn it. This is good. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Aha. Got contact. Ah. Ich bin echt mit einemwehren�zuschild, bro. Ich bin echt drin. Kann nichts machen. It looks good. Enemy UAV active. You're losing ground. Move it. Aid station. Looks good. Oh. 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 We're in safe zone. Watch for enemy. 15 minutes Chris. Und ich weiß das geil wer. Kilo und 5 Meter. Hey das ist ja wild oder grau. Boah. Geht in alten Zeiten. 10 Meter grau HDR rumlaufen. Oben auf der Kirche. Ey von wo? Ah nein. Er kommt hier. Auf ping. Er müsste gleich bei dir ins Haus reingehen. Also von türkisem ping. Blau. War geil ne. Ne. Okay. Zwei vor mir. Ja das sind seine Mates. Einer noch. Und der andere der Einzelschild. Nice. Die Rest, die anderen waren hinter uns oder? Ja ich glaube hinten bei der Kirche. Ja die sind wahrscheinlich schon gemoved. Ja die sind wahrscheinlich schon gemoved. Aber die Chine ist da unten irgendwo. Die müssen die eigentlich. Ja. Nice. Entspannend. Ja jetzt jedoch die gute Runde. Die Runde war geil. Die Runde war geil. Die Runde war geil. Die Runde war geil. Ich geh kurz ein bisschen. Ja zwei oder woher. Ja steht jetzt schon Gü Hamburg da. Die Runde war geil. Und da wurde gestmit. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020